Musik Direkt am Waldrand, mit Panoramablick auf das zum Greifen nahe Kaisergebirge, liegt der Gohinger Badesee. Eine internationale Chirie führte ihn zum schönsten Naturbadesee Tirols. Er hat einen Durchmesser von 110 Meter an der Wasseroberfläche und enthält 25.000 Kubikmeter Wasser. Im Spätherbst wird die Verreinigungs- und Wartungsarbeiten trockengelegt. Das Wasser abblassen dauert 14 Tage, es rüßt in den Ascheraerbach. Musik 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 Nach den Arlweiden wird der See wieder befüllt. Die Befüllung dauert ca. 3 Wochen. Das Wasser liefert der Sinnersbach, dessen Quelle im Kaisergebirge liegt. Mit den ersten Litern Wasser zeigen sich aber schon die ersten Bewohner. Musik 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 Musik